Servus und los geht's. Ja, willkommen zurück bei Tomb Raider. Ja, der böse, böse Teddybär, der will mich nicht durchlassen. Und was soll ich machen? Gute Frage. Besiegen Sie den Bären. Unterkunden Sie mongolischen Ruinen. Finden Sie Pilze für das Giftfall-Upgrade. Okay. Das bedeutet, wir müssen noch mehr Pilze finden. Ich denke mal, das wird dann da bei der Höhle sein. Wo es Blinky Blinky macht. Schauen wir mal. Ich vergesse mal, hier kann man ja rennen. Wir laufen bestimmt wieder einen Haufen Zeug vorbei. Kann man nicht sehen. Naja, das habe ich ja nicht gefunden, dieses Dokument hier. Ich weiß nicht, wo das hier sein soll. Ist das auch, dass die Plattform. Hier ist noch ein Dokument. Da kommen wir nicht rein. Also noch nicht zumindest. Hier kann man ja rennen. Ein Vorgänger Tomb Raider könnte man nicht rennen. Da war nur eine Geschwindigkeit. Ah ja. Zweimal Pilze. Zweimal Pilze. Ja, Lara. Stoff. War mir hier unten schon. Gibt es noch mehr Pilze. Ja, hier waren wir schon. Da gab es auch ein Dokument oder irgend so was. Ach, super. Kaum angefangen. Schon kommt die Katze zu Besuch. Also einer von meinen Katzen. Gehen wir einen Schritt zur Seite. Nicht vor dem Monitor stehen. Okay. Stoff finden. Soll es da geben. Stoff, Stoff, Stoff. Halt. Da vielleicht. Ne. Ah, doch. Okay. So lange. Das ist immer noch nicht, wo hier das Dokument sein soll. Die Karte zeigt hier ein Dokument. Irgendwo. Hier so. Das muss doch da oben sein, oder? Da war ich doch schon. Na. Schauen wir doch mal rüber. Ist nix. Definitiv nicht. Nö. Ach, geradeaus. Definitiv kein Dokument hier. Naja. Egal. Wahrscheinlich bin ich einfach zu blöd, das zu finden. Macht ja nix. Brauchen wir nicht. Oh. Dann wollen wir mal Giftpfeile machen. Was guckt sie darüber? Aha. Ästchen und Pflänzchen. Na ja. Gut. Wo ist mein... Da leuchtet mein Feuerchen. Dann wollen wir mal. Wollen wir uns mal ein Gift zusammenbrauen. Nutzen sie das Inventar mit. Jawohl. Machen wir. Munizierung. Giftpfeile. Zwei Stück voll. Okay. Na dann. Schauen wir uns den Teddy nochmal an hier. Fähigkeiten. Oh, wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Oh. Überlebende. Was gibt's denn hier Schönes? Schneller Herstellung. Listenreicher Kämpfer. Brandbomben. Leichtbuß. Landen sie aus beträchtlicher Höhe sicher und ohne Schaden zu erleiden. Ach, da muss ich mich auch noch abrollen. Aha. Das klappt doch eh nicht bei mir. Bonus-EP. Ja, Bonus-EP sind auch gut. Eifriger Lerner. Na dann. So, noch irgendwas? Nö. Na dann. Wie? Achso, okay. So kalt. So müde. Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen? Nach allem, was ich für dich getan habe. Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages. Wirst du es verstehen? Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Ich will das. Los! Schnappt sie euch! Schnappt sie euch! Hier ist noch ein Camp. Das Feuer war noch warm. Sie können nicht weit sein. Aha. Der Funk ist noch instabil. Bleibt in der Nähe. Wir müssen sie finden, bis heute wieder auf Aufzug gehen. Sowas aber auch. Kommen jetzt die auf einmal her? Wir schwärmen aus, um die Spur aufzunehmen. Roger, aber sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärziel ist... Halt! Nicht F. Plündern. Nee. Plündern ist wichtig. Okay, Pfeile. So, wo kommen die Bösewichter jetzt her? Schleichen oder kämpfen sich an den Trinity-Soldaten vorbei. Okay. Schleichen oder kämpfen. Oh oh. Mach Meldung. Wir Einheimischen haben Seilpfeilen gestellt. Da hängt einer. Das wäre aber das denn. Erwischt. Oh. Raffen und weg. Okay. Wie viele sind denn das auf einmal? War noch vorher nur drei. Oh oh. Klemm dich ans Funkgerät. Versuch die Anlage reinzukriegen. Beim letzten Signal wurden sie angegriffen, dann kam nichts mehr. Das war kurz nachdem uns die Einheimischen bei den Ruinen erwischt haben. Dann kam ihr Rückzug von der Anlage. Das war eine organisierte Fichte. Sie wollen uns aufteilen. Die Spionage-Crew hat das versaut. Das sind keine Bauern. Angriff. Angriff. Wir werden angegriffen. So. Habe ich's. Da hinten ist doch noch einer, oder? Das sehe ich doch Lichtlein leuchten. Äh. Natürlich. Na tete, tete, Kollege. Ruhig. Ruhig. Ruhig, sag dich. Mein Gott. Jetzt aber. Mal wieder vergessen, Zielen zu üben, ne, Lara? Was gibt's hier Schönes? So ist es das. Ich möchte das gerne durchsuchen. Was ist mit dir los? Musst du ja draufhüpfen, oder was? Na, also. Wir machen uns bereit. Ich war auf dem ersten Flug nach Sibirien, um die alte Sowjetanlage zu schützen. Jetzt kommen jede Minute mehr an. Konstantin hat für die Neuen eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen. Ich höre ihm gern zu. Wird nie langweilig. Der Glaube war nie was für mich. Es waren immer nur Worte. Das hier ist mehr. Es ist die Wahrheit. Ich war kaputt. Aber Trinity macht uns wieder ganz. Gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben, werden eine Rolle spielen. Mhm. Sagen sie, bei allen Sekten, oder? Wie ist das? Ich glaube, ich habe da hinten noch ein Lämpchen leuchten sehen, ne? Ja, da leuchtet noch eine. Habe ich hier schon? Ist das was? Ah, guck an. Du hast da in der Kiste vorbeigestiefelt. Da hinten muss ich hin. Okay. Aber ich nehme mich noch mit. Das sind noch mehr. Sind denn die jetzt auf einmal alle? Hm. Oh, jetzt ist das Dokument weg. Hat es das schon angezeigt, bevor es überhaupt da war, oder wie? Ne, wenn ich den jetzt ausschalte, sieht mich der andere. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Da ist noch einer. In deinem Kopf. Ne. Alle Teams Augen offen halten. Die Einheimischen haben im Wald fallen gelegt. Genau. Löse fallen. Okay, da war ich glaube schon. Da gehst du nicht weiter, oder? Ah, genau. Sprengladung und sowas habe ich nicht. Oh, da gibt es noch Fäden. So, komm schon runter. Also kann ich den, die ihre AK-740 eigentlich nicht mitnehmen. Ach so, weil sie verschwunden ist. Das ist ja geschickt. So, dann ab. So, da geht es zu unserem Bär. Wie war das vorher? Wieso, da komme ich ja nicht hoch. Ah, oder ein Baum. Und hüpf. Okay. Was geht das wieder los? Oh, oh. Er kann mich riechen. Da habe ich so das Gefühl. Wenn ich mich hier irgendwo außen rum... Muss ich den? Ja, ja. Also ich muss durch seine Höhle durch, oder was? Nicht gut. Ja, das Giftfall mittlere Maustaste, sowas, ne? Zu lang zu kämpfen. Mittlere Maustaste. Ich locke ihn raus. Nein, ich locke ihn nicht raus. Oh, ich locke ihn doch raus. Nix hier weg. Ich muss dringend hier weg. Schnell, 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 schnell. Nein, ich will nicht nach hinten schauen. Schneller. Puh. Achso, hier sind ja jetzt noch mehr Gegner. Schon ganz vergessen. So, wieder umgedreht. Ist er schon vergiftet? Was blinkt denn da immer? Ich habe so das Gefühl, der lebt noch. Nur noch ein Giftfall, ne? Was blimmelt denn da? Glockenspiel? Warum? Soll das den Bär beruhigen, oder eher aufregen? Gib mir Zeit. Ja. Wegrennen ist gut. Wenn ich hier hoch... Nicht. Wow. Ja, war ja klar. War ja klar. Dass der nicht einfach so abkratzt. Er ist noch da. Er ist noch da. Äh, runter Lara, bitte. Danke. Bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Vor allem, wie schnell der wieder weg ist. Oh, keine Giftpfeile mehr. Ich da oben auf den Ast sitzen könnte, aber das geht nicht, ne? Ich bin hier nirgends hoch irgendwo, wenn der Bär nicht rankommt. Hm. Ist er schon tot? Ich glaube, nein. Der Kampf mit dem Bär, das ist doch nicht normal. Oh, oh. Nicht gut. Ja, der kommt gar nicht bis hier. Zack, ist er wieder in der Höhle, oder was? Wie soll ich den blöden Bär besiegen? Hm. Irgendwie scheint das so nicht zu funktionieren. Also, ein Giftpfeil hat mal getroffen, da war. Ich weiß nicht, ob das zählt, weil ich weggerannt bin vielleicht. Nein, das zählt nicht. Mein Gott. Er will aber auch nicht sterben, ne? Nee, der stirbt nicht. Habe ich jetzt wieder Giftpfeile? Nee. Gedrücktheiten, Giftpfeile herstellen. Ach so, ist das. Okay. Also, ich muss nicht immer zum Lager zurück, ne? Das ist ja schon mal was wert. Ich glaube, der Bär, der wird uns noch eine Weile beschäftigen, habe ich so das Gefühl. Ich habe noch zwei Giftpfeile. Sonst sind, glaube ich, keine Pilze mehr da. Ich locke ihn raus, sagt er. Wieso kann ich den nicht in der Höhle erschießen? Da sammelt sich das Gift hier und kann nicht entweichen. Nicht gut. Ich glaube, das hier bringt gar nichts. Aha. Okay. Oh Mann, stelle ich mich wieder blöd an hier. Also, das war ja wieder... Irgendwie habe ich schon mir gedacht, dass das... Überlebender Pack. Aha. Marktplatz. Ah, das weiß ich immer noch nicht, was das mit dem Marktplatz und was die Karten dafür sein sollen. Ein Bärschi getötet, okay. Einfacher als gedacht. Ich hatte trotzdem Angst. Ich musste rennen. Oh. Das war seine Höhle plündern. Was war das? Nix. Oh. Kiste. Splenziges. Alles meins. Auch nichts drin. Halbautomatische Pistole. Waffenteile. Okay. Das ist meine Pistole. Aha. War es jetzt. Okay. Ändert sich nichts. Gut. Ich habe noch keine Pistole anscheinend. So. Dann würde ich sagen, hier geht es durch, ne? Was gibt es hier sonst so? Nichts weiter. Gut. Dann jetzt aber. Halt. Ist doch noch was. Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt ein unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben. Aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Schasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches. Aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Na, da hattet ihr was voraus, ne? So. Weg hier jetzt. Weg hier jetzt. Weg hier. Okay. Ist nicht so gesund. Ja, das war ja klar. Hier geht's hoch. Aha. Ja, ich weiß nicht. Erstmal nicht. Erstmal da lang. Oh. Enge Gänge, nichts für mich. Scheiße, das wird echt kalt. Ja. Sieht nicht sehr warm aus hier so, oder? Das wird richtig kalt. Ich muss schwimmen. Aber da sehe ich noch ein Kistbleib. Eine Pfeilspitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Okay. Das war ein Pfeifpfeil. Mongolische Schützen feuerten sie auf ihre Feinde ab, um sie zu ängstigen und zu verwirren. Ach, Pfeifpfeil. Ich hab Pfeilpfeil verstanden. Und manchmal bin ich schon ein bisschen wirr. So, das wird wirklich kalt. Wie immer noch nicht tauchen. Na doch, rechte Maustaste. Das ist du. Kann ich auch weiter runter tauchen? Mh, nein. Ach, ein Feuerchen. Warmes Feuerchen. Sehr schön. Äh. Ankokeln sollte ich mich deshalb trotzdem nicht. So das Gefühl. Gibt's hier so? Einmal Stoff. So. Erstmal wir sie aufwärmen. Waffen. Upgrades verfügbar. Bogen. Was ist das? Gewickelte Sehne. Da fehlen noch Fälle. Okay. Was ist das? Ein Wildschwein, oder was? Eine Hyäne. Ja, ein Wildschwein, ne? Ja, dann machen wir das mal. Was haben wir denn sonst noch so? Ausrüstung. Können wir irgendwas machen? Nein. Munition. Inventar 18. Okay. Okay. Ja, das reicht hoffentlich mal. Oh, schon wieder Fertigkeiten. Punkt. Gut. Was gibt's hier Schönes? Tiere, Sichtbar. Aha, okay. Das haben wir schon. Lünderer. Zielfixierzeit. Pfeile wiederfinden. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Weil wir schießen doch sehr oft der daneben irgendwie, ne? Äh, ja. Mach mal das. Hm. Okay. Ja. Das ist eigentlich schon der Ende der Folge. Ja, ja. Ein paar Minuten laufen wir noch, weil ich hab nämlich gesehen. Ist da unten was? Hm. Sieht nicht so aus. Nee, sieht nicht so aus. Oh, optionales Grab. Aha. Wie, äh, Moment. Wie soll ich da jetzt wieder hinkommen? Ist da dran vorbeilaufen, oder was? Oh, kacke. Ja, dann. Nicht abbrechen. Ich trau den morschen Brettern nicht. Oha. Geil. Ja, dann. Ich wohne in die Richtung müssen. Optionales Grab. Was soll denn das jetzt sein? Da muss ich einfach irgendwo da weiter noch, ne? Ich meine... Hm. Das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Lösen sie antike Rätsel, um wertvolle Belohnungen zu verdienen. Ja, ich hoffe. Äh. Ich könnte hier rüberspringen. Und ich denke auch, das wird da... ...wohl zum Grab gehen, oder? Ja, ich denke schon, ne? Ich kann auch hier rüberspringen. Da müssen wir nicht am Eis festkrallen. Oder gibt's da unten irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. So, das nehmen wir mal mit. So, beim vorherigen Tomb Raider hat's ja... ...Eisschiff. Da oben muss irgendwas sein. Oh, wow. Das kann böse enden. Oh, oh. Wäre jetzt sicher allein das Gleichgewicht nahe, ja? Danke. Okay. Aufstemmen. Das ist, wenn ich so hier hochgehe. Könne ich mich da oben an dem Seil festkrallen? Ich könnte da rüberspringen. Äh, Lara, wir müssen mal kurz nach unten. Wollen wir den Topf hier mitnehmen? Nein, eigentlich nicht. Oh, da gibt's ja auch noch was. Die Maria Adola sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe sechs der besten Trinity Ordensmitglieder. Und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht. Aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Von Süden. Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen. Und ich bin schläfrig. Nur ein Nickerchen. Oh, ich glaube das Nickerchen hat ein bisschen länger gedauert. Dauert noch an irgendwie, ne? Okay. Dann stemmen wir das mal auf. Ich hoffe, das ist für irgendwas gut. Ich mache das nicht kaputt jetzt hier. Okay. Okay. Na, dann würde ich sagen. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das Gleichgewicht hier ausbalancieren muss. Oder ob Lara das alleine macht. Ich hoffe, sie macht das alleine. Wow. Wollte ich so weit? Ähm. Geschafft. War es geschafft. Achso. Was ist da oben das Ding? Zusammengehackt. Und jetzt? Nö. Okay. Jetzt wieder hoch, oder was? Das ist jetzt noch weiter oben. Und jetzt Lara. Da rüber. Oh. War das eine gute Idee? Ach, da hätte ich auch... Ich hätte auch so lange laufen können. Na, habe ich ja klasse gemacht. Okay. Da rüber. Ja, dann machen wir einfach mal gleich, ne? Sparen wir uns vielleicht oder was? Was ist denn... Was soll ich denn... Ah. 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 Okay, ich kann das runter, aber was bringt mir das? Kann ich nicht so darüber springen? Anscheinend nicht. Boah. Ich sehe nicht, wo ich hinlauche. Also ich muss irgendwie... Da rüber. Okay. Na, geh da ran. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Okay. Anscheinend doch. Geschafft. Ich will sehen, was da oben ist. Na dann. Auch das erste Mal geklappt. Das ist der Wahnsinn. Seine Folge hat schon wieder Überlänge. Aber ich will jetzt sehen, was da oben ist. Schön, dass die Ruder hier noch im Eis... Ah. Dass die Ruder hier so im Eis stecken. Ich denke, dass sie den gleichen Weg wieder zurück muss, dann... Oh, Schatz. Meins. Mein Schatz. Du siehst dir das an. Warum haben sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Was? Da war doch was. Ah. Da war doch was. Was? Ach so, die Pfeile. Okay. Karte aktualisiert. Geheimnisse aufgedeckt. Sehr schön. Jetzt noch ein Töpfchen. Noch mehr. Na dann. Oh. Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Alte Fähigkeiten. Okay. 10.000 Credits. Für was brauche ich die? Kann ich hier wo Eis kaufen in der Höhle oder was? Ja. Und da ich gesehen habe, man kann speichern in diesem Spiel, werde ich das jetzt machen. Mit diesem Anblick. Wie ist denn der schnellste Weg zurück? Gibt's da oben noch was? Nee, da kommt man nicht hoch. Da oben geht's raus. Schau. So ein kurzer Weg. Gibt's doch bestimmt einen Weg, der schnell zurück geht, oder? Ja. Ja, natürlich. Hepp. Bisschen rutschen. Und schon sind wir zurück. So. Wunderbar. Huch. Da gibt's noch was. Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen. Ja, sieht so aus, ne? Da sitzt er. Der macht auch nur ein kurzes Schläfchen. Okay. Das wäre geschafft. Dann geht's hier weiter. Das nächste Mal. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass du da warst. Ja. Hau rein. Ciao, ciao. Ciao.